Aber wenn die als Runde-Zomys zurückkommen, nee. I don't like this. So. Jo, Nadelpistole. Geil. Die Warteschlange ist so voll. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Oh, Puh. Den nehm ich mit. Oh, coole Brocken muss ich eigentlich auch mitnehmen. Jetzt wird's langsam dann, äh, eng. Oh, guck mal. Warte mal. Das Problem ist halt, ist das echt... Liter Stiefel. Da ist er doch. Ach, nee. Das ist... Nehmen wir aber dennoch mit. Ich muss mal eh einen neuen machen. Boah, Alter. Kommt denn eh alle her? Vielleicht machst du doch einfach mal deinen Kopf zu. Mein Gott, ey. Ey, 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 ey. Auf welchem Level bin ich? Level 3. Sobald? Okay. So. Jetzt haben wir mal ein bisschen meine. Na, jetzt haben wir mal ein bisschen. Sehr gut. So. So. Ja, hat doch alles... Nein, hat doch alles gut geklappt. Alter, das schickt einfach die Zombies direkt nach unten. Ja, das ist crazy. Das ist echt crazy. Das ist tatsächlich sogar gar nicht so die Waffen mehr. Das war so, dass die Zombies direkt nach unten schickt. Ja. So, aber ich würde gerne... ...wieder nach Hause. So. So. Das Scrap ist jetzt nicht so viel, aber immerhin mal ein bisschen. So. 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 konnte ja leider nicht mehr einsammeln zu tun da ja meinen Schraubenschuss weg also Niem 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 So. Ich sollte mich mal auch langsam mal an die ganzen anderen Sachen mal wagen. Achso, ist das das? Ne, das da. Oh, wir haben ja noch keine. Ups. Ab, noch so. Ich dachte schon, wir hätten schon sechs. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So. Dann. So. Anbos wird direkt gefertigt. Taschenmotorrad. Joa. Die Sachen haben wir ja. Hoffentlich, äh, gut gesammelt. Nagelpistole ist halt auch echt GG, ne? Schon nicht schlecht. Jetzt hab ich zwei von denen. Aber ich hab ja eh schon voll Platz, also. Eigentlich, äh, brauch ich das gar nicht mehr. Das Ding ist... Ich glaub, ich brauch tatsächlich sogar kein Jagdgewehr. Ein, äh... Ein, äh, ein, ein, ein... Aber jetzt sag mal schnell, hier eine AK wäre schon echt geiler. Okay. so jetzt müssen wir halt warten bis das fällig ist wir können ja auch eigentlich ich kann doch eigentlich ich kann doch eigentlich ich habe doch gar kein stahl gelernt ich glaube ich aber ich würde ja gerne sagt schon mal langsam hier alles haben ja Ahem. 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 What's? Boo. So. So, Freunde. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Wir haben jetzt schon wieder ein bisschen was aufgenommen, was ziemlich cool ist. Deswegen Aufnahmepause und in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich die Horlenacht, also in der nächsten Aufnahmesession, werden wir wahrscheinlich die Horlenacht begegnen. Äh, da freue ich mich schon drauf. Ich sage tschüss, schaut daran auf die Szenarie mit der Blödsinn, bis zum nächsten Mal von Seven Days to Die. Und, äh, rein. Tschüss.